Blumd! Äh, was? Geil, ein weißer Kürbis! Ein weißer Kürbis, wie geil! Also das ist echt, das gefällt mir! Eine Kartoffel, die es, oder was auch immer, die sich als Kürbis tarn. So, du kommst da hin. Du da hin. Was gefällt mir? Dann ist auch nicht wieder alles orange. Ach, ich hab mich schon wieder selbst die Münze nicht stohlen. Und? Puff! Haha, ein Kürbis da! Ich find's schade, dass sie jetzt nicht, die Sonne nicht auch automatisch einsammeln. Da, da, da! Kürbis! Da, da, da! Okay, Stein, äh, Stachelstein ist gleich wieder bereit. Dann setz' ich den zuerst, bevor ich den Imitator wieder setze. Äh, da! Ja! Was?! Nein! dann machen wir eben hier so die katze schwanz hätte ich schon gern wieder drauf da spare ich jetzt als erstes noch mal hin ich muss mir jetzt abgewöhnen dass ich die münze einsammeln will so katz im schwanz so dass stachel stein ist auch wieder bereits bei rock die stück brauchen wir nur noch dann haben wir hier ist beschädigt hier auch muss jetzt aber also muss jetzt noch nicht sein ich ja wie gesagt doch muss sein nein ach komm nein ich krieg dir nicht was nein beides gerade ich habe dann gerade eben erst erneuert gehabt ich bin blöd hilft leider nicht was nein ach Gott aber gerade noch gekillt na toll die haben mir den imitator gekillt bevor er sich verwandeln konnte aber spinnt ihr ich habe keine kette jetzt mehr verdammt das ist nicht gut ok ich muss mein geld wieder selbst einsammeln ich hätte mich vielleicht doch erstmal um die melonen kümmern sollen oh ja das hätte ich kommt schon das ist gefahren das wird das wird das 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 der hatte sich gerade verwandelt überhaupt nicht gut gar nicht gut ja ok 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 jetzt haben wir dass der macht um es war ein fehler es war definitiv ein fehler verdammt macht sie fertig toll diese eine attacke ok stachel stachel stein lasse ich dann erst einmal ich habe es zwar mit aber ich lasse es erst mal ich will erst mal das da wieder haben dass der imitator kommt keine nein dann nehme ich lieber noch die melonen mit ok ok verdammt ich habe hier nichts mehr misst dann muss ich jetzt ganz ganz dringend brauche ich noch ein paar genau ich glaube da mache ich erst mal mit dem kettel jetzt wieder weiter schon jetzt die hätte ich gerne noch ein bisschen dahin wenn ich den hinsetzen das ist gar nicht gut am und weil die kettels greifen das ist gut vielleicht wird noch gebuttert ja so ist gleich bereit oh nö nö da kommt doch Mist ich hätte jetzt scheißen sollen ich hätte erst die sonnenblumen auch nicht dabei total blöd kommen wir durch da kann ich jetzt auch nichts mehr machen das war jetzt knapp so der stirbt jetzt so problem habe ich jetzt allerdings hier da muss ich den nächsten hinsetzen definitiv das war nein na toll na toll wenn ich das noch wieder hinkriege ich glaube ich habe da einfach schon falsch angefangen ja ich glaube ich fange einfach nochmal neu an ähm main menu ja jetzt wollen die pflanzen ja auch wieder ein bisschen was stinke das nicht fell asleep click wake him up geht einfach schlafen geht doch nicht oder so da sind wir ja mit der hand aber dennoch schneller so aber er will ja schokolade heißt es auch so das nächste hier die kann er von mir aus jetzt einsammeln die wollen jetzt alle weiter wachsen der hier noch nicht der schon der hier noch nicht kannst du hier holen komm schon stinky das ist irgendwie fast schon eine beleidigung finde ich also zumindest im deutschen okay ich glaube das war's dann gehen wir jetzt schnell in den shop kaufen was neues die gießkanne haben wir leider noch nicht fertig finde ich schade yeah nochmal und wieder ach kommt schon fast keine 500 mehr wo ist denn die schnecke ach da 470 noch komm die schnappste dir noch schnell da warte ich jetzt aber nicht mehr drauf so du die haben wir aber die stinky leider nicht die schnecke so also den letzten versuch mache ich jetzt noch ich hoffe das wird dann was diesmal baue ich aber erst strukturiert auf und baue dann erst aus mit außer mit der zwillingssonnenblumen und auch die pumpkins die lasse ich nehme den normalen pumpkin aber den imitator werde ich noch nicht mitnehmen ich habe gar keinen dünger mehr na toll selbst wenn ich jetzt ein juw kriegen würde hätte ich nicht mehr genügend als da passt es auch noch okay dann versuchen wir es jetzt nochmal new game aber jetzt richtig so damit fangen wir an ja dann nehmen wir das jetzt auch wieder stachel gras magnetpilz melonenpult vielleicht brauche ich nicht mehr das cabbagepult das weiß ich nicht dann könnte ich das eigentlich zurücklassen und nehme dafür noch notfalls den pumpkin mit blä哦 hat er vorhin auch ohne cabbagepult funktioniert auch passiert es diesmal vermutlich auch wieder funktionieren ohne So, da kommt der Erste. Zack. So, ich hoffe, der Zweite kommt dann auch hier. So, dann hier. Zack. Sonnenblume können wir auch gleich setzen. Nein, der nächste kommt da oben. Hier, Sonne. Zack. So, noch eine Sonne. Dann können wir die Sonnenblume setzen. So, eine fehlt noch. Und sie ist gesetzt. So, dann die Zweite. So eine Blume hätte ich gerne. Aber vorher muss ich hier noch Verteidigung ausbauen. So, noch vier Sonnen. So, zwei Sonnen noch. Eine. Oh Mist. Das wurde nichts mit der Zwillingssonnenblume. So, aber jetzt. Jetzt können wir wieder darauf sparen. Brauche ich noch zwei. Die Körnerpult, die können schon richtig gut austeilen. Da kommt der nächste mit der Straßenkegel. So, hier unten ist der nächste. Nein, nein, nein. Die Zwillingssonnenblume ist bereit gerade. Also gerade breit geworden. Dann können wir die nutzen. So, und als nächstes. Hier unten. Dann können wir mit dem Körnerpult abschließen. Dann hätte ich gerne die Magnetpilze. Also hier, eins, zwei, drei, hier hin. So, der kriegt dann auch gleich ein Pumpkin. Ah, nein, nein, nein. Vorher, der Zwillingssonnenblume ist wieder bereit. Die wollen wir natürlich nicht warten lassen. Eine Welle kommt. So, jetzt kriegst du deinen Kürbis. Eine noch. So, und jetzt gleich drunter den nächsten. So, erst mal du. Dann du. Und schon sind sie wieder los. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Hier bekommt nämlich der nächste Pumpkin. Und die Zwillingssonnenblume ist gleich bereit. Sparen wir erstmal auf die Zwillingssonnenblume. Und schon haben wir sie. So, jetzt der Pumpkin. Dafür brauche ich fünf Sonnen. Drei noch. Zwei. Und schon habe ich sie. Okay, dann habe ich das auch fertig. Dann mache ich jetzt mit dem Stachelgras weiter. Oder soll ich erst mit dem... Nein, ich mache jetzt erstmal mit dem Stachelgras weiter. Das geht schneller. Und wir sind außerdem immer noch im ersten Level. So, nebenbei kann ich ja schon mal ein paar Sonnen sammeln. Moment mal, die Zwillingssonnenblume ist gleich bereit. Dann sammle ich erstmal Sonnen für die nächste Zwillingssonnenblume. Da, 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 da. Brauche ich noch vier. Zack. Okay, jetzt geht es mit dem Stachelgras weiter. Da, da. So, die Sonnenblumen brauchen noch nicht unbedingt Schutz. Das heißt, da brauche ich keine Pumpkins fürs Erste. Also, wie gesagt, mit Stachelgras weiter. Nebenbei wieder Sonnen sammeln. Für die Zwillingssonnenblume. Hä? Ey, geht da weg. Die ist auch schon fast fertig. Geht da weg. Geht doch. So, sie ist fertig und ich brauche nur noch zwei Sonnen. Schon. Okay, Zwillingssonnenblume ist fertig. Dann machen wir jetzt das Stachelgras fertig. Das funktioniert auch noch. Und danach fangen wir mit den Melonen an. Mit den Melonpoles. So, hau ab da. Geht da weg. Kann es sein, dass die jetzt lange nicht geschossen haben, oder was? Okay, das ist fertig. Dann jetzt die Melonenpulte. Und dann mache ich erst hier, aber die kosten nur 300. auf dem Wasser kosten die 325, weil ich das Lilienblatt ja auch noch zahlen muss. So, einmal hier hin. Ach, kommt schon. Die können die schon draufsetzen, hier auch. Ich warte aber noch mal. Das erste. Was? Nein! Ach, komm. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. War ein bisschen zu viel. Vielleicht hätte ich doch auf dem Wasser machen sollen. Okay, wenigstens da schaffen wir es definitiv. Hier wird es knapp. Oh, oh. Mehr Zombies kommen. Toll. Nein, nein, nein! Das ist nicht das ist jetzt nicht der Ernst, oder?